Moin ihr Duschis! Heute gibt es mal wieder ein paar Fakten über mich. Los geht's! Mach dir nicht so viele unbegründete Sorgen. Es ist völlig okay, Fehler zu machen. Lauf keinem Typen hinterher, der sich nicht für dich interessiert. Lass dich nicht ausnutzen, gib niemandem die Macht dazu. Du bist mehr wert, als du denkst. Akzeptiere das Gute in deinem Leben. Es gibt die Liebe. Und sie zu verlieren, tut genauso weh, wie du denkst. Aber du überlebst das. Sex macht Spaß. Finde heraus, was dir gefällt und genieß es. Benutze immer ein Kondom und mach im Zweifel einen HIV-Test. Liebe dich und deinen Körper. Was ich speziell über Sex gelernt habe, erzähle ich in meinem Video dazu. Schaut euch das doch auch nochmal an und abonniert meinen Kanal. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn